Hey Dominik! Hey Dreyer, siehst du schon her? Ja. Wollen wir mal ein Musikvideo machen? Mit Marvin. Mit Marvin. Okay. Okay. Wir sind im Team Team Tieffelds und kommen heute in Trends. Wir haben 18 Abos und liebe Niababos. Wir sind gerade als Unger und cooler als Monty. Ich frage mich, wie es dazu nur kommen könnte. Wir sind gerade unser erstes Song und ich hoffe, er kommt gut an. Ihr wird mir gerade in die Partie nicht mehr fahren. Wir werden nur Sprengstoffkollegen, die waren drei Jahre weg und sind wieder kurz weg und dann wieder wegzugehen. Hey Dominik, wo bist du? Junge, was ist hier im Hose? Ja, wir müssen den zweiten Part vom Video drehen. Ach. Ja? Mit Marvin. Wir können es gar nicht fassen und sie können es nicht lassen. Wir warten uns von YouTube an und sie zog alte Omas ab. Das ist unser letztes Video. Bedanklich für diese Kunst. Und wir sagen jetzt nicht dein Gesicht. Sowas für dich brauchen wir hier nicht. Hey Dominik, bist du krank? Ja. Ja. Wir müssen aber den dritten Part vom Video drehen. Okay. Dann machen wir weiter mit Marvin. Ja, let's go. Rattern, der heute ein besser wurde zu unserem kleinen Meep. Und ich verabschiede uns heute nur von ihm. Ja. Ich kann nicht singen oder rappen. Aber ist mir egal wie ihr sagt, wir sind alle Deppen. Hey, wir haben das Musikvideo fertig. Was ist deine letzte Stunde abgeschlagen? Die Waffe ist nicht geladen. Sag mal, was ist denn da los? Hallo, hallo? Okay, wir beenden hier. Spaß. Spaß.